Dieses Kapitel wird Ihnen präsentiert von Die Europäische Union möchte ein glaubwürdiger Akteur auf internationaler Ebene sein und durch ihre Außenpolitik auch zur Entwicklung einer europäischen Identität beitragen. Die Union versteht sich als normative Macht. Das heißt, sie ist bestrebt, so wie es auch in den Verträgen festgelegt ist, durch ihr auswärtiges Handeln die Verbreitung jener Werte zu fördern, die für die Union selbst und ihr Bestehen maßgebend sind. Aber die Union hat natürlich auch Interessen, die es zu sichern gilt. Sicherheit, Unabhängigkeit, Gewährleistung einer verlässlichen Energieversorgung usw. In ihrer europäischen Sicherheitsstrategie von 2003 wurden vor allem die Konflikte in der Nachbarschaft der Union als besondere Gefährdung ihrer Sicherheit identifiziert. Um dem gegenzusteuern, wurde 2003-2004 für die nach der großen Erweiterung 2004 neuen Nachbarn der Union eine neue Politik ins Leben gerufen, nämlich die sogenannte europäische Nachbarschaftspolitik. Diese im Wesentlichen nach der erfolgreichen Erweiterungspolitik konzipierte Politik sollte rund um die Union einen Ring von Freunden, eine Zone der Prosperität und Stabilität entstehen lassen, ungeachtet des jeweiligen politischen und ökonomischen Entwicklungsstandes des betreffenden Landes. Bedingung für die Teilnahme sollte aber sein, dass diese Länder die Werte der Union teilen. Nach zehn Jahren wird jetzt Bilanz gezogen über diese Politik und es muss festgestellt werden, dass sie die Erwartungen nicht erfüllt hat. Ja, manche Partnerländer stehen heute schlechter da als vor zehn Jahren. Dafür gibt es natürlich vielfältige Ursachen, viele davon liegen in den Partnerländern selbst. Aber auch auf Seiten der Union wurden einige Defizite identifiziert, insbesondere folgende. Die Nachbarschaftspolitik orientiert sich, wie gesagt, an der Erweiterungspolitik, aber sie stellt nicht den gleichen Lohn dafür in Aussicht, nämlich die Mitgliedschaft. Das heißt, es stellt sich für diese Staaten die Frage, was zahlt sich die Anstrengung der Übernahme des Unionsrechts und all die Reformen, die das Land dafür auf sich nehmen muss, zahlt sich das überhaupt aus. Auch hat sich gezeigt, dass manche dieser Staaten gar nicht ein solches Ziel verfolgen. Zweitens, diese angestrebte Europäisierung dieser Staaten wurde zwar von einem großen Teil der Bevölkerung in diesen Ländern begrüßt, nicht aber notwendigerweise von den herrschenden politischen und ökonomischen Eliten. Für die nämlich würde die tatsächliche Europäisierung im Sinn von Demokratisierung, Liberalisierung und Verankerung verlässlicher rechtsstaatlicher Strukturen wohl in aller Regel den Verlust ihrer derzeitigen Machtposition bedeuten. Auch wurde nach Meinung vieler die Nachbarschaftspolitik zu sehr als ein technisches Instrument gehandhabt und die ebenfalls bestehende politische Komponente dieser Politik entweder übersehen oder unterschätzt oder einfach vernachlässigt. So kommt es, dass die Union mit dem Konflikt in der Ukraine eigentlich überfordert ist. In gewisser Weise hat wohl auch die Ausblendung des geopolitischen Umfeldes, sprich der Interessen Russlands, bei der Verwirklichung dieser Politik zu ihrem teilweisen Scheitern beigetragen. Derzeit wird an einer Neuaufstellung dieser Politik gearbeitet. Es hat im Frühjahr eine Konsultation auf breiter Basis stattgefunden und bis zum Herbst 2015 soll die neue Politik im Wesentlichen skizziert sein. Schon jetzt ist absehbar, dass diese Politik dann noch stärker vom Prinzip der Differenzierung gekennzeichnet sein wird. Das heißt, sie wird sehr viel mehr auf die individuellen Möglichkeiten und Interessen der einzelnen Partnerländer im Osten und Süden Europas eingehen müssen. Zum Zweiten wird sie vermutlich stärker die außenpolitische Dimension in den Blick nehmen. Den gemeinsamen politischen strategischen Rahmen gilt es allerdings dabei zu bewahren und vor allem wird es für die Union nicht einfach sein bei der Verfolgung ihrer legitimen Interessen, dennoch den Anspruch als einer Normative Power einigermaßen aufrechtzuerhalten. Neben diesen zentralen Grundfragen für die Zukunft bleibt noch eine letzte, die jedem zu Überlegungen heimgestellt ist, wie kann diese Union überhaupt wieder die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger für dieses einzigartige Projekt gewinnen. Wenn man sich die weltweite Entwicklung ansieht, wenn man sich ansieht, wie stürmisch die wirtschaftliche und auch sonstige Entwicklung in Asien oder in Teilen Asiens verläuft, wenn man sich die Stärke der Vereinigten Staaten ansieht, wenn man sich das Heranwachsen des lateinamerikanischen Kontinents ansieht, wenn man bedenkt, dass auch in vielen anderen Teilen der Welt so Gebilde wie die Afrikanische Union oder die Zollunion zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten und Mexiko betrachtet, dann ist es eigentlich eine Logik und eine Notwendigkeit, dass Europa seine Kräfte auch bündelt und dass man mit den Problemen, die damit verbunden sind, einigermaßen rational umgeht und nicht alles, was irgendwie Reibungsflächen zur Folge hat, verteufelt und zur Sensation hochstilisiert und das Positive der europäischen Zusammenarbeit wegfallen lässt. Die europäische Politik hat eine Fülle von sehr ernsten Herausforderungen. Wir haben eine große geopolitische Herausforderung. In Afrika gehören die Rohstoffreserven weitgehend den Chinesen. Im fernen Osten haben wir nichts zu melden. Und die jetzige Politik in Sachen Ukraine, die mag man beurteilen, wie man will. Der Herr Altkanzler Helmut Schmidt hat sich vor kurzem wörtlich im Fernsehen Blödsinnig genannt. Aber jedenfalls bringt diese Politik uns dazu, dass wir nunmehr auch Russland mit seinen reichen Rohstoffreserven in die Arme der Chinesen treiben. Also wir haben erst im Bereich der Rohstoffe ein Riesenproblem. Das Zweite ist, dass ja die letzten Mitgliedsaufnahmen in Europa fast durchwältigend über Länder stattgefunden haben, nach denen es wirtschaftlich alles andere als gut geht. Das Dritte ist, dass die Budgetziele von Maastricht, 16 Prozent Verschuldung, nicht mehr als drei Prozent jährliches Defizit, in Wirklichkeit zur Illusion geworden sind. Also man könnte sagen, hier wird mit einem Stier gekämpft, auch wenn der Riese, der mit dem Stier kämpft, stark ist, aber der Stier ist auch stark. Wir haben Krieg in Europa. Ukraine und Russland sind Mitgliedstaaten des Europarates. Wir feiern in diesen Tagen, ich sage absichtlich feiern, aber unter Anführungszeichen, das Jubiläum der Helsinki-Deklaration. Das heißt Anerkennung der Souveränität der Staaten. Und gleichzeitig ergreift ein Staat, Russland, im Widerspruch zum Völkerrecht der Helsinki-Deklaration, einen souveränen Staat an. Das stellt uns vor große Herausforderungen. Nicht nur energiepolitisch, sondern auch geopolitisch. Wir haben durch die Erweiterung die Chance, nur durch die Erweiterung, dass die Europäische Union zum Sprecher des Kontinents in der Welt werden kann und wir nicht in die Nationalismen und in die Einzelinteressen, in die Nationalstaatlichkeit zerfallen. Aber wie ich sehe es, alles das geht nur, wenn wir das politisch wollen. Und wir haben eine große Problematik, dass wir auf der einen Seite wissen, dass wir die EU vertiefen, erweitern, stärken müssen, die Staaten Europas vereinen sollten. Und im selben Ausmaß steigt der Egoismus, der Nationalismus und die Extreme. Und damit ist die europäische Demokratie gefordert, die Handlungsfähigkeit, die Glaubwürdigkeit. Die Chinesen haben vor zehn Jahren noch gesagt, was ist Europa? Wir kennen Frankreich, wir kennen Großbritannien, wir kennen Italien, Deutschland. Aber was ist Europa? Europa sagt uns nichts. Heute sagen dieselben Chinesen, ihr Europäer löst euch ein bisschen mehr von den Amerikanern und ihren Einfluss. Macht es auch mehr mit uns, mit den Asiaten. Wir nehmen euch mit offenen Armen auf, wir vertrauen euch. Also Europa insgesamt gibt uns Stärke. Und die Stärke brauchen wir, wenn wir Beschäftigung und Wohlstand sicherstellen wollen. Das klingt jetzt sehr theoretisch und abstrakt. Aber ich sage es immer wieder, Europa muss seine Standards halten und kann das nur tun, wenn es in Partnerschaften mit anderen Teilen der Welt sinnvoll verbunden ist. Dann haben wir eine globale Arbeitsteilung und in einer globalen Arbeitsteilung können wir gemeinsam alle Teile der Welt erfolgreich sein. Backseilung Ich werde das für die weekends vor brauch werden. Und dem hier steht bei der Kubrick